Hey meine lieben Stalker und damit herzlich willkommen zurück zu True Stalker. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und interessiert daran seid, wie es weitergeht. Hoffentlich genauso krass interessiert wie ich, denn bisher, muss ich sagen, ist diese Standalone-Mod einfach das Beste vom Besten, was Stalker zu bieten hat. Also die Leute, die das hier gemacht haben und alles, sind Helden. Neben dem Desert Wave Team natürlich, die Stalker aus Alpha gemacht haben, die war auch super cool, was die da alles gemacht haben. Holy shit, okay, es geht weiter. Kannst du mir mehr über die wissenschaftliche Einrichtung erzählen? Also stellt euch auf, ein bisschen Text ein, das wird jetzt bestimmt eine Viertelstunde dauern. Ja, das sage ich schon mal vorweg. Also eventuell vorspulen, wer noch was sehen will oder so. Die Einrichtung wurde vor einem Jahr gegründet. Eine Entscheidung, die meiner Meinung nach längst überfällig war. In der Zone gibt es zwar auch mobile Labore, aber alle befinden sich in grauen, äh, in rauen Gegenden, in die kein normaler Wissenschaftler, in die kein normaler Wissenschaftler gehen würde. Egal wie hoch sein Gehalt ist. Nur eifrige Wissenschaftler, die für ihre Entdeckungen alles tun würden, würden dort arbeiten. Selbst in den schmutzigen, mit Storks verseuchten, mit Snorks verseuchten Sümpfen. Aber auch normale Wissenschaftler, die es gewohnt sind, unter ruhigen und komfortablen Bedingungen zu arbeiten, sind von Bedeutung. Und genau dafür ist dieser Komplex ideal. Seine Lage ist für unsere Arbeit am günstigsten, da er zwar Teil der Zone, aber nicht im Zentrum liegt. Ähm, und uns somit ein sicheres, sicheres Arbeitsumfeld für die Forschung bietet. Dank zusätzlicher Finanzmittel konnten neue Mitarbeiter eingestellt und neue Forschungsbereiche erschlossen werden. Zu diesen neuen Mitarbeitern gehören auch ich, Sam Gamsatov und viele andere. Außerdem hat die Situation in Yanta kürzlich eine unangenehme Wendung genommen. Der See ist über die Ufer getreten, der Bunker wurde beflutet und Mutantinnen sind eingedrungen. Das Gebiet hat sich über Nacht in eine tote Zone verwandelt, was diesen Ort zweifelsohne zum wissenschaftlichen Zentrum der Zone macht. Was ist mit einem Assistenten in Yanta passiert? Sie sind gestorben. Ehrlich gesagt, kenne ich die Details nicht, aber ich habe sie seitdem nicht mehr getroffen. Das ist eine geheime Information. In diesen Zeiten meiden Stalker Yanta komplett. Dieser Ort bringt nur Tod und sonst nichts. Warum dürfen Stalker das Hauptgebäude nicht betreten? Nun, was glaubst du denn? Wir führen dort geheime Forschungen durch, von denen so wenige Menschen wie möglich wissen sollten. Deshalb ist der Zugang zum Hauptgebäude nur für Personen mit speziellen Ausweisen möglich. Die eingeheuerte Stalker nicht bekommen. Auf dem Cordon sind ein paar Stalker und ich auf ein seltsames mutiertes Fleisch gestoßen, das seine Opfer anlocken, äh, anlockt, indem es die Stimmen von Stalkern imitiert. Kommt dir das bekannt vor? Ich habe schon viel gehört, aber leider fehlen uns detaillierte Informationen. Viele halten sie für einen Teil der zahlreichen Lagerfeuergeschichten aus der Zone. Ich glaube nicht, dass ich die richtige Person bin, um das zu fragen, aber ich habe gehört, dass der Sumpfdoktor im Sumpf wohnt. Der Sumpfoh-Doktor? Äh, ja. Er heilt Stalker und sogar Mutanten. Vielleicht kann er deine Fragen beantworten. Er heilt Mutanten? What the fuck? Was lese ich hier? Warum hast du den Banditen Drogen verkauft? Äh, ich mag solche Menschen nicht, wenn man sie überhaupt so nennen kann. Aber die Forschung hat Vorrang vor den Prinzipien. Ich brauche dringend finanzielle Mittel, damit unsere Arbeit gedeihen kann. Erzähl mir mehr von diesem Ort. Boah, geil. Das ist so geil, dass hier so viel Text und Story gibt, ne? Und wir werden das alles durchballern, Leute. Nun, wie du siehst, ist es ein vollwertiger wissenschaftlicher Komplex mit allem, was nötig ist, um einen so interessanten Ort zu untersuchen. Zumindest, soweit es unser Budget und die aktuellen geografischen Bedingungen es zulassen. Wusstest du, dass es diesen Ort schon einmal gab? Damals in der Sowjetunion? Hör zu, du, da du gefragt hast. Ich werde dir sozusagen eine Geschichtsstunde erteilen. Das Hauptgebäude des Instituts wurde in den 70er Jahren gebaut, als Prüppiat noch im Bau war. Ähm. Es war ein großer medizinischer Komplex, bekannt als das Med... MedPribor, irgendwie sowas, Forschungsinstitut. Nach der offiziellen Version sollte dieser Ort Menschen behandeln, Krankheiten untersuchen, besonders komplizierte Operationen durchführen und andere medizinische Forschung betreiben. Offensichtlich wurden keine Kosten gescheut, denn es wurden viele teure Geräte importiert und eine große Anzahl kluger Köpfe angeworben. Aber du weißt ja, dass in der Sowjetunion viele Wahrheiten vor den Menschen verborgen wurden. Deshalb bin ich davon überzeugt, dass der Komplex offensichtlich militärisch ausgerichtet war, wie aus den erhaltenen Dokumenten und den Überresten der Infrastruktur hervorgeht. Nach dem Reaktorunfall in Tschernobyl 1986 änderte dieser Ort jedoch seinen ursprünglichen Zweck. Die Menschen wurden evakuiert und es gab niemanden mehr, der sie behandeln konnte. Also begann dieses Forschungsinstitut, die Auswirkungen der radioaktiven Strahlung auf Pflanzen und Boden zu untersuchen und zu analysieren. Sie wollten sozusagen überprüfen, wie sich die Strahlung auf das Wachstum und die Entwicklung von Nutzpflanzen auswirkt. Der zentrale Komplex enthielt Verwaltungseinrichtungen, Versuchsflächen und sogar Plantagen für den Anbau von Pflanzen. Die haben wir jetzt übrigens auch, falls du es bemerkt hast. Ein Tribut an die Traditionen der sowjetischen Wissenschaft sozusagen. Aber ein anderes Gebäude, ein paar Kilometer weiter, war der zentrale Verladekomplex. Dort wurden verschiedene Ladungen und Düngemittel gelagert und später entlang der Bahngleise transportiert. Einige Züge fahren in die Außenwelt, andere wurden durch die Tunnel in den Untergrund von Pripyat geschickt. Was sie mit ihnen gemacht haben, ich weiß es selbst nicht. Ich würde gern mehr über den Akuprom-Untergrund erfahren. Bevor dieser Ort zur Sperrzone wurde, dienten diese unterirdischen Anlagen als Kollektorin. Sie dienten dazu, die Einrichtungen mit Wärme, Strom und anderen Kommunikationsmitteln zu versorgen und die Abwässer des Instituts in das nächstgelegene Gewässer abzuleiten. Und jetzt ist dieser Ort verlassen und voller Anomalien und Mutanten. Das ist eine ideale Umgebung für alle Arten von Ungeziefer. Um ehrlich zu sein, könnten wir in dem Komplex nicht glücklicher darüber sein, dass direkt nebenan eine reiche Quelle für verschiedenes Biomaterial und anormale Formationen für die Forschung liegt. Aber nicht jeder traut sich dort hinunter zu gehen. Und Mutanten und Anomalien sind nicht die Hauptbedrohung. Meiner Meinung nach könnten die Kollektoren fast jeden Moment zusammenbrechen. Zur Sowjetzeiten haben sie zwar alles für Jahrhunderte gebaut, aber diese Tunnel haben schon viel durchgemacht. Als dieser Stützpunkt noch von den Wächtern bewohnt wurde, haben sie und einige Söldner die meisten Kollektoren geflutet, um die Angriffe der Mutanten unter Kontrolle zu bringen. Einige Räume sind auch heute noch überflutet und ein paar Jahre nach der Flutung gab es hier einen Krieg. Ich weiß nicht, wie viele Granaten darin explodiert sind und wie viel Schaden die Strukturen der Tunnel genommen haben könnten. Meine Vorhersage ist also, dass es in ein paar Jahrhunderten keine Orte wie den Agropom-Untergrund mehr in der Zone geben wird. Danke, das ist alles. Tschüss, Professor. Geil. Das ist geil, Alter. So geiler Shit. So viel Story. Okay. Ja, war ich doch ganz gut im Schätzen, ne? Acht Minuten gelesen. Ja, sorry. Mein Lesen ist nicht mehr ganz so fehlerfrei. Es ist auch ziemlich anstrengend schon zu sprechen. Wir haben es nämlich gerade 6 Uhr morgens und wir haben schon den ganzen Tag durchgezockt. Und so weiter und so fort. Aber ich hatte unbedingt noch Bock bei Stalker weiter zu spielen. Deswegen sind wir jetzt hier. Na, ich geh mal hier außen rum. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ein besoffener Arzt. Der, wenn ich mich nicht irre, auch Mutanten versorgt. Was sehr, sehr crazy ist. Also da bin ich definitiv daran interessiert, wie das irgendwie geht. Das klingt sehr spannend. Hier ist noch so eine krasse Feueranomalie. Gibt's hier Artefakte? Oh mein Gott, hier gibt's zwei Artefakte. Alter, geil. Ja, die brauchen wir, Leute. Da brauchen wir gar nicht diskutieren. Ja, die waren jetzt nicht so wertvoll. Das eine war, glaube ich, ein Feuerauge. Ne, Auge einfach nur. Dieses Artefakt erinnert entfernt an ein menschliches Auge. Es verbessert den Metabolismus des Körpers und beschleunigt alle Wundheilung. Erfahrene Stalker behaupten, dass das Auge Glück bringen soll. Äh, achso, und hier der Feuerball. Ja, den kennen wir schon. Okay, nice. Ach du Scheiße. Guck mal, überall die Alkoholflaschen. Überall Wodka. Und die Mutanten, die er behandelt, die sind, ja, sind aber irgendwie irgendwie tot. Wir müssen reden, Kumpel. Aufstehen. Äh, ich glaube, ich muss später wiederkommen. Kann das sein? Hey. Das ist doch eine Scheiße. Ähm. Aufstehen. Ist das geil, Alter. Wie geil ist das? Wie geil ist denn das hier gemacht, Alter? Steh auf jetzt, du Sack. Das gibt's doch gar nicht. Wie cool ist dieses Game, bitte. Steh auf jetzt. Äh, das glaube ich ja jetzt nicht. Hallo. Das ist doch ein Witz jetzt. Kann ich mich wenigstens dazulegen? Und noch ein bisschen Zeit überbrücken? Ne. Wann steht denn der auf? Ja, endlich. Ha? Jetzt komm schon, steh auf, Mann. Was? Äh. Äh. Willst du? Äh. Wer bist du überhaupt, ne? Ich schwinde von hier. Du hast dir einen tollen Schlafplatz ausgesucht. Was willst du, Schwindel? Willst du hier rumliegen? Bist deine Leber versagt? Ich knall dich ab, hörst du? Was willst du von mir? Was kümmert sich das? Ich will, dass du aufhörst, dein wertvolles Wissen mit literweise Wodka zu begraben. Ja, du wurdest rausgeschmissen, aber die Leute brauchen dich immer noch. Nicht die Wissenschaftler, sondern normale Stalker, die medizinische Hilfe brauchen. Lass uns zum Lager gehen, damit du etwas Schlaf bekommst und dort mit der Arbeit beginnen kannst. Ich habe nichts mehr zu tun. Ich fühle mich hier wohl. Ich habe gesagt, du sollst verschwinden. Ich schläg dir die Fresse ein. Was sagst du zu einem Drink? Ja, warum hast du es nicht gleich gesagt? Anstatt hierher zu kommen und mir auf die Nerven zu gehen. Komm schon, schenk ein. Hintern hoch. Also, wie soll ich sie nennen? Ex. Wie ist dein Name? Tut mir leid, aber ich habe keinen Todeswunsch. Ich werde meinen Namen für mich behalten. Warum das? Wie ist er ein? Ja, Prost, weil das eben so ist. Kein echten Namen in der Zone. Äh, hier Stalker und eure ungeschriebenen Regeln. Ich bin nie weiter als bis zur Basis gegangen, daher wusste ich das nicht. Entschuldigung. Ich bin Alex. Sanja. Sanja, warum trinkst du dich so früh ins Grab? Was zum Teufel soll ich denn sonst machen? Sie haben mich ohne Grund aus dem Stützpunkt geworben. Es ist nicht meine Schuld, dass die Ausrüstung kaputt gegangen ist. Aber das kriegst du nicht in die Köpfe. Jetzt lassen sie dich nicht zurück. Schon versucht, sie wollen nicht. Versucht wieder, indem du vom Zaun protestierst. Schlafen mit einer Flasche in der Hand. Ich treibe es nicht zu weit, okay? Ich habe es versucht. Sie lassen mich nicht zurück. Das Gerät hat eine ernsthafte Palle. Schenke ein, ich muss mehr trinken. Okay, jetzt merke ich es. Ich spüre es seit einer Woche und es lässt mich nicht mehr los. Es ist die Art zu leben. Denkst du? Willst du unter einem Baum saufen und mit Verwesen und Schweinen schlafen? Ist es das, wofür du studiert hast? Deine Seele gegeben hast? Was bleibt mir denn sonst noch? Schenke ein, verdammt mal. Warum ist mein Glas leer? Ich schlag vor. Achso, ich bin ja mittlerweile auch besoffen. Ich schlag vor. Du ziehst sie ins Lager. Storge rum. Wir brauchen dort einen Arzt. Du kannst den Leuten helfen. Warte, warte. Was ist ganz? Er ist nicht mehr. Oh, ich werde. Oh, lass uns sein Andenken, auf sein Andenken trinken. Na los. Und zu deinem, wenn du die Flasche nicht weglegst. Boah, ich muss kurz niesen. Boah, Entschuldigung. Ehrlich gesagt, äh, ist mir egal. Ich wollte immer in der Zone sein, in dieser speziellen Einrichtung. Nicht in der alten Indianter. Oh, ich habe bekommen, was ich wollte. Und ich wurde nach sechs Monaten wieder rausgeschmissen. Das ist so ein Dornkopf, oder? Das hat genau das Schwarze getroffen. Puh. Nimm mich beim Wort und geh zu den Stalkern. Du kannst den Menschen helfen und könntest in die Einrichtung zurückkehren, wenn du beweist, dass du dich beherrschen kannst. Oh, ich weiß nicht. Was soll das heißen, du weißt nicht? Wenn ich du wäre, würde ich es auf der Stelle tun. Du sitzt da, verdienst dein Geld, während wir, die Stalkern, feuchten Tunneln unter der Erde wühlen. Oder uns mit diesen verdammten Mutanten herumschlagen. Früher bin ich im Kordonen herumgelaufen und habe mir Stück für Stück etwas dazu verdient. Tja, als ich beschlossen habe, mich auf den Weg ins Zentrum zu machen, hat sich alles geändert. Was mir damals alles begegnet ist. Hast du eine Ahnung, was für ein Scheiß im Dunkeln Tal dauert? Über natürliche Kreaturen, die dir so sehr auf den Kopf hämmern, dass du die Realität nicht mehr wahrnimmst. Und was die Geister angeht, die gibt es wirklich. Ich habe keine Ahnung, was sie sind, aber ich habe sie mit meinen eigenen Augen gesehen. Und das ist noch nicht einmal das Zentrum der Zone. Die Dinge, die hier passieren, sind sehr real. Tja, Pech für euch, Stalker. Ja, doch, das ist das Leben, das ich wollte. Die Gesellschaft macht mich krank. Es ist besser, hier bei übernatürlichen Kreaturen und Geistern zu sein. Mach voll. Ja, Prost. Ich fange an, dich zu beneiden. Ich meine, sieh mich an. Wer braucht mich? Wo will mich jemand haben? Nirgends. Diese Gauner brauchen mich nur als Laufburschen. Als Kanonenfutter für ihr dickes Geschäft. Sicher, sie zahlen, aber das ist so gut wie nichts. Du hingegen? Könnte es den Stalkern von Nutzen sein und ihnen helfen, einen weiteren Tag zu überlegen. Äh, überleben. Ah, vielleicht hast du recht. Ich schlafe meinen Rausch aus und gehe gleich morgen zu den Stalkern. Das ist die richtige Einstellung. Ich werde später nach dir sehen und schauen, wie du dich einlebst. Du bist ein guter Kerl, Sanja. Du siehst fertig aus, Kumpel. Ist okay? Äh, mir geht's super. Warte. Ja, geht nicht. Ja. Mir geht's total super. So, ich hoffe, er ist weg. Ja. Ich würde gerne mit ihm sprechen. Oh, okay, cool. Oh, ich habe mega Hunger. Mega Knast erstmal nach dem Saufen. Erstmal eine dicke Diätwurst schlappen. Schon eine krasse Basis, ne? Und ein schöner Morgen. Muss ich ja mal sagen. Ist echt ein schöner Morgen in der Zone. Guck mal, die haben sogar einen fucking Helikopter da auf dem Dach. Wie geil. Oh, sorry für die Geräusche. Hey, Jungs. Ich bin ein bisschen im Arsch. Ich habe einen ganz dicken Kater. Und bei euch so? Sind hier wieder neue Anomalien jetzt? Ne, okay. Das wäre ja auch ein bisschen OP. Guten Morgen. Äh, du siehst ziemlich mitgenommen aus. Ja, das ist alles, äh, Kea, ja, Wevs Schuld oder wie der heißt. Ich musste mit ihm trinken, um es in seinen Kopf zu bekommen. Hast du es geschafft, ihn zu überzeugen? Ich hoffe es, am Morgen war er noch nicht da. Entweder ist er im Stalkerlager oder auf dem Weg zur nächsten Flasche. Ich hoffe, er ist ersteres. Hast du etwas mit mir zu besprechen? Ja, ich habe Gamzatovs Aufzeichnungen studiert und bin zu bestimmten Schlussfolgerungen gekommen. Da nur wenige Menschen von unserem Experiment wissen, möchte ich dich zuerst fragen, bist du bereit, mit mir daran weiterzuarbeiten? Wenn du zustimmst, verspreche ich dir einen Zutritt zur Anlage und eine angemessene Bezahlung. Na klar. Dann möchte ich, dass alles, was wir uns gegenseitig sagen, streng vertraulich bleibt. Kann ich auf dich zählen? Ja. Dann hör zu. Ich werde versuchen, nicht allzu sehr ins Detail zu gehen, okay? Und alles so einfach wie möglich zu erklären. Gamsatov und ich haben eine Zeit lang an Experimenten zur Transmutation von Artefakten gearbeitet. Durch die Hybridisierung haben sie einzigartige Eigenschaften entwickelt. Natürlich nur, wenn alles richtig gemacht ist oder wurde. Manchmal ist es uns gelungen, die Eigenschaften eines Artefaktes zu verbessern und ihm manchmal sogar neue Eigenschaften zu verleihen. Außerdem war sich Gamsatov sicher, dass Artefakte nicht nur auf Menschen, sondern auch auf Mutanten wirken können. Er begann erst mit seinen eigenen Experimenten, nachdem unser Forschungszweig geschlossen wurde. Die Notizen, die du mir gebracht hast, belegen, dass er versucht hat, eine Reihe von Seele- und Steinblume-Artefakte zu reproduzieren. Wie du vielleicht bemerkt hast, haben wir dabei ganz bestimmte Ergebnisse erzielt. In der Nähe des Artefakts beruhigen sich die Mutanten. Ist dir der Tragweite dieser Entdeckung bewusst? Aus irgendeinem Grund wirken solche Artefakt-Formationen jedoch nur für eine begrenzte Zeit. Okay, was tun wir? Ich habe ein paar Berechnungen anhand der Notizen angestellt und festgestellt, dass es von der Stärke der Anomalien abhängt, wo die Transmutation stattfindet. Auf der Müllhalde sind sie nicht annähernd so stark, wie wir es gerne hätten, also war die Auswahl nicht ganz erfolgreich. Unsere Aufgabe ist es, ein Anomaliefeld zu finden, das stark und konzentriert genug ist, um ein besseres Ergebnis zu erzielen. Was brauchen wir? Leider weiß ich nicht, wo ein solches Anomaliefeld zu finden ist, aber ich weiß, wo man mit der Suche beginnen könnte. Eine Gruppe von Militärstalkern ist kürzlich aus der Gegend von Novosheppel... Novoshe... Novosheppel... Novosheppel... Pertlitschi... Zurückgekehrte... Und hat von Anomalen Aktivitäten nach der letzten Emission berichtet. Ich bin sicher, dass die Transmutation am stärksten dieser Felder durchgeführt werden kann. Bist du bereit, dort hinaufzubrechen? Novosheppel... Okay, ich war noch nie dort. Kannst du mir erzählen, was ich tun muss? Deine Aufgabe ist es, das Gebiet zu erreichen und fünf Scanner in einem bestimmten Umkreis zu platzieren. Mit ihnen werden wir die Zone mit der höchsten Anomalen Aktivität bestimmen. Danach wirst du eine Transmutation durchführen. Es ist ganz einfach. Ich gebe dir kleines technisches Handbuch. Okay, sonst noch was? Ja, ich habe eine Selektion von Seele- und Steinblume-Artefakten im Anomaliefeld im nahegelegenen Sumpf durchgeführt. Das Artefakt sollte sich inzwischen verwandelt haben. Gehe mit einem meiner Assistenten in den Sumpf und versuche es zu bergen. Verhalte deine Assistenten, ich mach das alleine. Das Anomaliefeld im Sumpf ist sehr gefährlich. Es hilft, wenn ihr zusammen geht. Nachdem du das Artefakt geborgen hast, kehre zur Anlage zurück. Du findest mich draußen. Äh, oh. Äh, und hier ist dein Pass und dein Eingewöhnungsgeld. Viel Glück. Ey, geil. Wir können nicht mehr laufen. Doch, können wir. Okay, wir müssen ihn also mitnehmen. Wahrscheinlich hat er noch eine Sonderaufgabe in der Mission gleich. Wahrscheinlich wird er einfach verrecken oder so. Oh, Entschuldigung. Hallo, bist du bereit, das Artefakt zu holen? Ich bin bereit. Wie ist der Plan? Ich glaube, Professor Dubinin hat dir bereits von der Fülle an Anomalien in diesem Gebiet erzählt. Mithilfe eines Anomalie-Erkennungsgeräts kann ich einen sicheren Weg zum Artefakt berechnen. Danach hängt alles von dir ab, okay? Okay. Na dann mal los. Oh, ich wünschte, mein körperlicher Zustand wäre etwas besser. Also, ich bin jetzt nicht irgendwie krass angeschlagen oder so. Ich bin einfach nur ein bisschen fertig und muss mich echt ein bisschen konzentrieren, damit ich überhaupt noch irgendwelche Sätze zusammenkriege. Weil Sprechen fällt mir gerade echt schwer. Naja, ich bin auch schon ein bisschen müde. Aber das Ding ist, ich wünsche, es wäre nicht so, weil dann würde ich jetzt einfach noch so viel länger zocken, ne? Also, dieses Spiel ist so geil, es macht so Spaß. Und ich glaube, es ist abgestürzt. Ne, es ist nicht, alles gut. Oh Gott. What the fuck? Oh shit. Oh shit. Oh fuck. Oh my god. Holy shit. Holy shit. Hey, ich nehme mal. okay oh mein gott was ist denn das die ist lila die macht weniger damage was kann die denn besser ein bisschen höheres magazin okay die hat eine krasse feuerrate die macht so viel weniger damage boah ich weiß ja nicht die hat das doppelte also mehr als das doppelte feuerrate schussgenauigkeit boah ich weiß nicht keine ahnung ob das so geil ist okay wie geht's dir bist du okay ja mir geht's gut verdammt was haben sie warum haben sie das getan das ist die zone einige hier würden sterben um eine gewöhnliche qualle in die finger zu bekommen und ihre seele für dieses artefakt an den teufel verkaufen sie haben ohne vorwarnung auf uns geschossen ja sie müssen angst gehabt haben keine sorge das liegt hier alles hinter uns okay ich hätte nicht gedacht dass ich diese pistole mal benutzen muss habe sie vor äonen bekommen das erste mal in action jetzlichen glückwunsch danke wie bekommen wir das artefakt das sieht so aus als hätte es hier einer noch nicht geschafft deshalb bin ich mit dir mitgekommen ich werde jetzt versuchen einen sicheren punkt zu finden von dem aus du dich auf die anomalie zu bewegen kannst äh okay geht an den ball nur nicht drauf okay alter das sieht so geil aus dieses gebiet hier ne und schaut mal wenn das gewittert jetzt dann blinkt richtig das reflektion auf dem wasser seht ihr das und auch auf dem alter das ist so geil ne für mich ist das so ein absoluter flash einfach für euch mag das jetzt so sein ja die grafik ist hübsch aber jetzt nicht außergewöhnlich krass irgendwas für mich ist das vor allem weil ich auch die origine weil ich die alten originalen kenne das ist so viel besser hier das ist so geil einfach klar kein absolutes high end aber für stalker verhältnisse halt super cool bedammt was ist passiert ah schau dir das an siehst du das eine kugel was ist das wie ist das passiert unmöglich das gerät hat dein leben gerettet ja ich glückspilz allerdings wird es dadurch noch komplizierter an das Artefakt heranzukommen wir haben im moment kein anderes gerät okay ich verspreche nichts aber ich werde versuchen in die anomalie zu gehen okay ich habe einige erfahrungen und gott sei dank war diese erfahrung eher positiv ich kann dir nur die daumen drücken hier vom ufer aus lass uns das machen ja easy going wir haben ja das Artefakt ding hier das hilft uns ja 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 easy easy guck mal das ist schon ein Artefakt das holen wir uns ja hier ist noch eins ich stehe direkt drauf what the fuck ich stehe direkt drauf wo ist es muss genau hier sein oh schade warte mal ich muss nochmal mit ihm reden warum muss ich nochmal mit ihm reden du hinkst am seidenen Faden die anomalie hat mehrmals ausgelöst ich bin fast gestorben verschreckt achso ich bin schon rein gegangen damit achso das war es schon okay cool ja nicht so schwer ich hatte schon mit hälteren Artefakten zu tun dann können wir zur einrichtung zurückkehren okay sollen wir gehen gehen wir okay cool ja das war easy also wohlgemerkt mit dem Swarok Detektor okay ohne wäre ich da locker irgendwo reingerannt also just saying okay irgendwas wird hier noch passieren jetzt oder wir rennen doch locker nochmal irgendwo irgendwo rein irgendwo rein zwei hier warte mal ich muss nochmal kurz gucken ist jetzt hier noch eins drin ne schade oh geil alter wie nass diese Straße ist und wie nass er ist mit seinem Anzug und so ist das cool ey das sieht einfach alles so cool aus ne sorry das hier noch nicht so cool aus es tut mir wirklich leid Leute man mag sowas ja nicht hören ne wenn einer ständig irgendwie es es ist einfach nur es tut mir leid okay äh halt das hier ist der Service Eingang wenn du eintreten willst musst du durch den Haupteingang ohne Passierschein kein Zutritt ich hab einen pass ich verstehe geh weiter aber lass deine Waffe stecken yeah oh Gott okay der sieht ein bisschen okay das das ist natürlich ein bisschen Nachteil von Shader ja der ja manche Oberflächen dürften halt nicht von dieser Nässe betroffen sein ansonsten sieht es halt richtig Arsch aus haha oh mein Gott ey was ein Gehirngulasch Gesichtsgulasch der Typ guck mal hier ey moin jo zeig mir was du repariert haben willst handeln können wir auf 5000 hat er geil äh unbekanntes Artefakt plus 13 Leben oha Missionsgegenstand wenn wir das gleich abgeben ne und die experimentieren damit und die machen dass die Strahlung weg ist und wir kriegen das Artefakt und es hat einfach nur diesen positiven Effekt von plus 13 Heilung das wäre absolut insane und ich sag euch dass das wahrscheinlich sogar so kommen könnte das wäre so mein guess if you ask me voll geil äh ja weiß ich nicht was gibt der denn hier so was gibst du denn so für so Mad Kids wie viel würdest du mir denn für haha der wird mir 1000 geben für 50 Mad Kids alter ist das bescheuert aber Munition bestimmt ne das bezahlst du gut nö auch gar nicht mehr so okay handeln handeln ist nicht cool mit ihm aber reparieren ist cool ja er kann sogar tunen geil man oh wie geil oh 4000 um das zu reparieren oh mein Gott das ist teuer das ist halt leider der Nachteil bei ja das ist leider der Nachteil dabei bei so richtig geilen Anzügen die sind leider halt auch richtig geil teuer oh mehr Panzerung für den für den Dings hier Schutzanzug Haltbarkeit Energieregeneration Chemieschutz oh Chemiestrahlenschutz das nehmen wir auf jeden Fall mit Psi-Schutz alter mehr Gewicht tragen oh yeah Anzahl der Kisten geil können wir ganz viele Artefakte reinmachen in den Gürtel das ist ja geil oh die Haltbarkeit noch Elektroschutz Wärmeschutz alter ist das geil sind da richtig geile Sachen hier man können wir den auch tunen tatsächlich getragenes Gewicht plus 10 Kilo yo das muss ich haben man okay ich hab kein Geld mehr alter what ciao okay wir haben gerade unseren Anzug krass verbessert ist das geil ist das geil Leute ich brauch unbedingt mehr Geld ich brauch fucking mehr Geld oh mein Gott ist das geil speichern wir sind battle arm oh mein Gott aber wir haben noch ein paar Artefakte und werden auch nochmal richtig krass das verspreche ich euch dass wir bevor das hier alles endet nochmal richtig krass auf Artefaktsuche gehen und nochmal richtig viel Geld machen und uns Exoskelette und alles mögliche holen das verspreche ich hier ist ein Versteck hier ist eine AK drin und Muni und ein Artefakt yo geil danke ah hier ist mein Stash wo bin ich denn hier hey willst du handeln bist du eine Art Händler hallo Stalker ich bin der Mann für die Versorgung hier was möchtest du oder bist du nur hier um zu plaudern boah ich werd noch Zeit haben mir deine Waren anzusehen aber im Moment schaue ich mich nur um und lerne Leute hier kennen das ist richtig Verbindungen in der Speerzone sind eine sehr wertvolle Währung ich bin Drossel ich würde dich gerne kennenlernen ja man nennt mich Ex sag mir wer du bist und was du hier tust du hast es ziemlich genau getroffen ich bin der Händler hier um die Gegend um das Akuprom Forschungsinstitut ist für mich wie ein zweites Zuhause oder wie ein Zuhause meinte ich vor ein paar Jahren hatten wir hier unseren eigenen Stützpunkt in der Fabrik in der Nähe sie wurde von einem Stalker namens Orest geleitet ich war ein Händler wir handelten mit Vorräten hatte Fakten und Waffen ich konnte meinen guten Freunden sogar ein Exoskelett liefern es war eine gute Zeit in der Basis auch wenn es turbulent zuging 2011 die Fraktionen kämpften fast um jeden verlassenen Ort in der Zone manchmal kam es mir so vor als wäre das hier keine Sperrzone sondern eher ein Hotspot Panzer und Fahrzeuge waren das einzige was fehlte bei Gott damals starben viele Menschen ich bin überrascht dass ich noch am Leben bin und dann ich glaube du weißt was passiert ist es war eine höllische Emission wir haben die Zone verärgert du kannst nicht einfach so einen Krieg in der Zone anfangen sie wird immer zurückschlagen was hat es mit deiner Basis nach der was mit deiner Basis nach der Emission passiert ja nach der großen Emission ging es bergab Orest ist irgendwo verschwunden es heißt er hätte etwas Geld gespart auf die Zone gespuckt und wäre zurück in die Außenwelt gegangen und ohne einen kompetenten Anführer ging die gesamte Organisation der Basis vor die Hunde Stalker zerstreuten sich und ich legte mein Geschäft für eine Weile still also verkaufte ich von Zeit zu Zeit meine Überreste an freie Stalker die sich hier und da herumtreiben ich schaffte es im Bunker der Wissenschaftler zu arbeiten bei Sidorovic als Botengänger bei Teufel auf der Müllhalde kurz gesagt ich bin hier im Laufe der Jahre überall gewesen aber es ist nicht mein Ding in der Zone um herumzuwandern ich bin eher ein Händler als ein Stalker und jetzt ja hat mir das Schicksal zurückgelächelt ich habe herausgefunden dass die Wissenschaftler auf dem Gelände des ehemaligen Forschungsinstituts einen Stützpunkt eingerichtet haben und sie sind in der Zusammenarbeit mit Stalkern nicht abgeneigt also bin ich hierher gekommen jetzt handle ich hier unter guten Sicherheitsvorkehrungen und unter guten Bedingungen ich kann mich nicht beschweren besonders nach allem was ich durchgemacht habe ciao oh mein Gott jo ein Seva Schutzanzug alter okay der ist natürlich krasser ne der ist ein bisschen schwerer was kostet der 80.000 schnappe so viel krasser ist der gar nicht ne warte mal der hat halt mehr Panzerung ne hat er nicht mal Psi der hat 40 55 60 40 55 60 der ist schlechter 50 20 40 20 50 40 okay er hat mehr Treffer und mehr Explosionen aber sonst ist der in allem schlechter oh mein Gott hier ist noch ein besserer was kostet der 80.000 oh mein Gott oh mein Gott sie hat einen krassen Wissenschaftleranzug alter das ist ja ein Träumchen was meine Stalker Augen hier sehen holy shit ich will den haben könnt könnt einfach alles verkaufen und es wird immer noch nicht reichen scheiße ah warte mal Artefakte warte mal warte mal warte mal warte mal warte mal 14.000 ja ja das Ding ist halt ich frage mich halt ob ich äh ob ich noch mit den Wissenschaftlern verhandeln kann aber aber eigentlich weiß nicht andererseits brauche ich Geld und der gibt mir Geld 50.000 50.000 gibt er mir das ist nicht schlecht nicht schlecht nicht schlecht nicht schlecht ich weiß nicht die SVD ist halt eine geile Sniper ne aber ja doch ich glaube die behalte ich mal aber ich glaube die Winterrest werde ich los ja äh die werde ich auch los den Anzug würde ich auch gerne loswerden wenn ich mir den anderen oh es würde halt fast reichen ne alter es würde fast reichen alter dann hätten wir einen richtig krassen Detektor einen richtig krassen Anzug um auf Artefaktjagd zu gehen ne oh mein Gott oh was würde das bringen 3000 nur das ist ja gar nichts man 2000 nur sogar boah das wird halt fast reichen ne ja nimm das alles mal und wir hören uns später nochmal wieder ja ja genau äh wir hören uns übrigens auch später wieder Leute weil ich hab natürlich schon ein bisschen überzogen ist egal ähm oh es ist so geil ich will unbedingt weiterspielen aber ich geh jetzt schlafen Leute ich mach morgen weiter in aller frische wir hören und sehen uns wieder zu TrueStalker wenn ihr Bock drauf habt schaltet wieder ein bis dahin macht's gut und tschüss danke ciao ciao